Swirl TV. Stream what you really like. Alex macht einen gewohnt guten Job. Mr. Turing, wissen Sie, wie viele Menschen wegen Enigma sterben mussten? Drei während dieses Gesprächs. Churchill hat Alan die Leitung übertragen. Keith und Charles, ihr seid gefeiert. Sie waren der Klassenliebling, oder? Biopik, Sittengemälde, Spionage, Thriller. The Imitation Game, ein streng geheimes Leben, setzt dem legendären Informatiker Alan Turing ein glanzvolles Denkmal. Grandios verkörpert wird das Genie von Benedict Cumberbatch. Allerdings, wirklich fesselnd ist das Drama nur selten. So, Tag zusammen. Guten Tag, Frau Müller. Wir haben kein Vertrauen mehr in Ihre pädagogischen Fähigkeiten. Also haben wir die Entscheidung getroffen, ihm nahe zu liegen, die Klasse abzugeben. Sönke Wortmann gelingt mit der filmischen Adaption des Bühnenstücks Frau Müller muss weg. Eine beißend komische und trotzdem nachdenklich stimmende Gesellschaftssatire. Das Thema Helikoptereltern machen der Klassenleiterin ihrer Sprösslinge die Hölle heiß. Mr. President, im Süden gab es tausende rassistisch motivierter Morde. Wir brauchen Ihre Hilfe. Dr. King, diese Angelegenheit muss warten. Sie kann nicht warten. Sie haben ein Problem, ich habe 100. Auf nach Selma. Dr. King! Das erste große Biopic über Martin Luther King ist ein meisterliches Drama und erschreckend aktuell. Selma erzählt von Rassenhass, Hoffnung und dem wohlkalkulierten Protest des Bürgerrechtlers. Vor allem zeigt er kraftvolle Film, dass die Probleme von 1965 auch heute noch lange nicht gelöst sind. SWIRL TV, ein Programmguide, der unterhält und eine Suchmaschine, die findet. Alle Filme und Serien auf Video on Demand. SWIRL TV, ein Programm. Zwischen